ahhhhhhhhh AHHH und leute, herzlich willkommen zurück euren freunden zu minecraft dungeons waaaaaa ich bin ein super cooler typ okay wir gehen einfach mal weiter und zwar machen wir heute das kellergeschoss gestern waren wir hier bei hochblockhallen und heute machen wir das kellergeschoss morgen... vielleicht ob sie den gipfel es ja denn wir finden hier jetzt auch noch ein geheimen dann schon das wäre natürlich seltsam weil einzig gibt es glaube ich hier keine aber vielleicht ist eigentlich auch gelogen und es gibt vielleicht hier etwas ich bin auf jeden fall gespannt genau genau so dann wollen wir mal gucken hier ach so ich wollte mich zudecken genau das war das ich war gerade so gestarrt auf meinem bett und denkt mir so was wollte ich machen ach so stimmt ich wollte mich zudecken oh eine bibliothek das gefällt mir aber wie viele dinge gibt es hier keine geheimnisse nur truhen okay das ist schön muss ich nicht nicht so das auge aufhalten wisst ihr okay das ist ja schon wieder hier richtig party aber das geht ja alles hier noch weg damit weg mit dem ja danke perfekt oder kommen die nächsten runter kommt super oh gott ihr macht mir schaden hier ich nehme mal den trank sicherheitshalber aber eigentlich ne eigentlich sollte das hier kein problem sein für den king für mich so ach so wie mich natürlich nicht für für die gegen hier guck mal zack 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 geht das hier da weg mit der oh er hat überlebt leute oh gott bam aua hui einfach reinspringen und spaß haben einfach reinspringen achso ich muss hier unten hin naja ja ja so circa okay also die können echt nur ein schild aushalten das ist echt wenig finde ich aber ist in ordnung soll mir recht sein bitteschön oh level cool heißt wir können mal eben hier mein äh hier ach drei kostet das oh okay dann können wir das nicht machen so gehen wir jetzt aber erstmal hier oben her weg 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 mit euch so komm lass mich doch mal hier ist ja hier wieder alles betrug betrug ist er besser ne ist nicht besser okay äh oh was der lebt noch jetzt aber nicht mehr oh ich liebe ich liebe diese waffe Leute ich kann es nicht oft genug sagen und ich liebe dieses Spiel das kann ich auch nicht so oft es kann nicht oft genug sein ja das Spiel ist richtig cool also wirklich also die 30 Euro ich glaube 30 Euro ne weil ich die DLCs da schon mit drin habe war ich hier unten denn schon ja da unten war ich schon gut da oben bin ich hergekommen okay gut dann kann es ja weiter gehen so Trank der Schnelligkeit perfekt kommen wir oh da ist noch einer weg so und weiter geht's oh uh da ist ein Dings aber da müssen wir eh rein okay warte dann gehe ich erstmal noch hier oben gucken aber hier scheint es nichts zu geben super ok erkunde den Keller oh der ist aber groß der ist aber echt groß und der ist noch ein Dungeon da unten ah hier brauchen wir den Schlüssel ok oh ist das Dunkel hier ist ja richtig gruselig ich meine und dann noch diese komischen Geister hier das wird ja was aus welcher Gosse müssen wir den Schalter denn hier holen ich meine ich bin vergiftet aber das macht mir jetzt auch nichts aus hallo Jungs schild schild euer Leben hier ich weiß ich weiß ihr mögt es nicht wenn ich euch hier besiege aber was soll ich denn sonst machen warte mal ich muss warte mal eben da hier war ich nicht drin boah alter das ist hier so verwinkelt hier oh mein Gott soll ich denn hier etwas finden muss ich jetzt erstmal diesen komischen Schlüssel hier finden so die Karte lasse ich jetzt mal kurz auf weil es ist ja echt viel 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 zum erkunden aber hier ist Sackgasse schön das heißt der Weg hat sich überhaupt nicht gelohnt dann gehen wir jetzt da her super geradeaus mal gucken da scheint wohl einfach eine Sackgasse zu sein so in das Gift ach ne sind wir gar nicht reingehen was ist denn das da rechts äh okay alles klar da ist irgendwie Zauber irgendein Zauber ausgebrochen ach hier Bücher TNT ja sehr schön aha ne Zauberspinne okay 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 was macht die denn ich weiß es nicht okay die macht nicht allzu viel ist natürlich sehr gut ich wäre fast runtergefallen was soll das denn wir gehen erstmal hier hier hin äh ich mach die Karte doch wieder an ich dachte mir obwohl ich weiß nicht wie groß der Zauber hier jetzt noch ist oh der ist auch ah ne da ist er wieder was ist das ich hab Angst Leute ich hab Angst geh mal bitte weg die ist achso die ist schon weg wow ich meine Spinnen fand ich nie so cool und große Spinnen fand ich auch nie cool das heißt diesen Dungeon hier den werde ich auf jeden Fall glaube ich nicht nochmal machen ich meine die kleinen Spinnen hier ne die sind dann noch harmlos auch bei Herr der Ringe online ne oh da fand ich das auch immer eklig diese Spinnen Dungeon ey boah eklig eklig also ich wollte euch ja besiegen dann weg damit und ihr auch mal bitte super hier bitteschön so dann gehen wir hier mal einmal durchgucken scheint es aber auch nicht allzu viel zu ah da ist der Schlüssel oh Kampf okay so weg meine noch sind hier keine guten Gegner würde ich sagen vor denen ich Angst haben muss ah da ist auf jeden Fall eine Spinne die ich glaub tot ist ich weiß es nicht weiß es nicht so hier geht auch mal bitte weg ah jetzt ist sie tot okay so kommt da noch was da ist noch eine Spinne jetzt noch ein Skelett da hinten auch so okay super das nehm ich mir auf jeden Fall oh ein Streitkolben oh kann auch dreimal angreifen das ist ja auch cool die gefällt mir auch aber ist leider schon zu schwach für mich für den King hier so dann laufen wir mal schnell dahin ich meine haben wir alle Kisten ne warte dann dann gehen wir erstmal hier noch gucken dann gehen wir erstmal hier gucken vielleicht ist da hier eine Kiste wer weiß das schon so geh auch mal weg Spinne äh ja ja ich warte noch Gruppa ist weg war auch nicht sehr gut oh fallen so das ging ja fix hast du da hinten hätte ich nicht her gekonnt oder was doch ach hier da Alter ist der Weg her wow okay hier sind wir wieder das ist sehr schön gut dann lass mal rein reisen puh okay äh Schweintieren Mann es ist einfach abgehauen das Schweinchen dick kann ich ja eigentlich so machen ja kann ich machen so du bleibst hier bleib jetzt hier danke und wieder Eisen Amulett okay hört sich cool an hört sich cool an so bin Spinn ne bin ich vorsichtig achso warte wir müssen eh da unten hin dann gehen wir natürlich erstmal hier oben hin gucken so hier kann ich mal eben irgendwo gucken oh Gott hallo Controller danke danke äh versteckt die Verteidigung für kurz zur Zeit enorm oh auch 30 schade oh guck mal haben aber andere Angriffswerte 58 und 57 das ist ja hier wieder getrickst da hier vom feinsten oh hätte ich mich fast Alter hier geht es aber überall ab ne ja okay äh achso ich dachte gerade das spawnt irgendwas tut es aber nicht so sehr gut hier scheint aber auch nichts zu sein dann gehen wir mal dann gehen wir mal weiter so Karte da unten da war ich noch nicht bevor ich hier oben weitergehe hier hier ist aber der Boden da sieht echt komisch da aus ja oh hier scheint ein kleiner Dungeon zu sein ah hallo 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 äh ich mach das mal aus ach guck mal läuft ja alles prima oder kommt Leute könnt schon sagen dass ich einfach der King bin hier in dem Spiel da hinten haben wir noch einen komm gib mir die Truhe danke danke und ein Hammer äh noch zwei Truhen gibt es hier okay noch zwei Truhen was macht das gar nichts okay oh okay äh da scheint ein Spawner zu sein oder so alter die heilen sich ja direkt oh komplett daneben nee 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 weg damit oh nee da ist doch kein Spawner okay dann halt nicht okay hier ist eine Treppe nach unten gehen wir mal vorsichtig oh Gott hier ist ein Friedhof und ein Galgen äh okay ja weg weg mit dir und du auch hallo man man ich hab euch schon hier besiegt so wo seid ihr denn hier hier peng 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 super war's das ja da haben wir noch einen Bogen einen Kraftbogen cool da oben da geht es weiter da möchte ich aber noch gar nicht her denn ich glaube hier rechts sind auch noch welche so gut finde ich cool dass wir hier unten auch Kerker haben das ist ja normal bei so einem Schloss ähm ja wir gehen hier trotzdem mal her aber da oh nicht ne da scheint nichts nicht zu sein hier auch nicht okay haben wir sonst was übersehen nein okay dann gehen wir weiter und so groß kann das hier gar nicht mal sein weil oben geht es gleich nicht mehr weiter heißt wir haben hier wahrscheinlich gleich schon den Endraum aber erst gehen wir hier mal her ach ne da haben wir nur ein Portal okay ich nehme alles zurück so bam 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 weg mit dir Pfeile haben wir echt wenig ne also eigentlich ne ich weiß nicht wie wir hier schnell wieder an Pfeile kommen in letzter Zeit haben wir immer relativ wenig Pfeile ah okay hier ist auch nichts gut dann gehen wir mal durch das durch den Ausgang hier und wo sind wir jetzt hier hinten okay links ist irgendwas was wir brauchen äh warte mal eben okay wofür der Schalter hier weiß es nicht äh komm wir gehen komm wir gehen okay da ist tatsächlich der Ausgang okay dann gehen wir noch nach rechts rechts ist nämlich kein Ausgang also noch nicht aber hier ist auch niemand hier ist ja überhaupt keiner hallo so so ist sie oh aber ne Schatztruhe okay cool zwar schwacher Bogen aber trotzdem okay und jetzt haben wir ach ne eine Kiste fehlt und so okay die ist dann auf der anderen Seite so haben wir die Schatzkammer hier geplündert ohne schwache Truhe aber toll danke du bringst mir ja gar nichts außer dass ich jetzt ein bisschen ach hier ist ne Vase äh so warte von da sind wir gekommen ne ne okay okay cool das war so der äh wie hieß das hier Kerker ich sag jetzt Kerker weil ich den Namen weil mir der Name nicht mehr einfällt super und verlassen cool cool Leute dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf morgen freuen weil morgen kommt dann der Endgegner Leute der Endgegner beziehungsweise der erste Boss wahrscheinlich weil es kommen ja noch DLCs aber das Finale von der Story bis jetzt zumindest bis jetzt zumindest 99 mir fehlt schon wieder eine Mist 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 aber der Land der war ganz gut der geht auch schnell den kann man schnell nochmal durch machen und so find ich ganz cool oh ich hab hier so viel ne man 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 ach egal bin zu faul das alles zu verkaufen äh will ich lieber Artefakte ich hätte eigentlich ganz gerne weiß ich auch nicht ne bessere Feder gibt mir ne Fehler oh ich hab kein Geld mehr wow dann kaufen wir hier was ok gibt's hier eigentlich irgendwas neues ich meine das hier war unser Haus ne da waren wir ja schon drin oh da hinten ist ne Truhe Smaragde cool nehm ich mit nehm ich oh da oben ist auch jetzt ne Truhe die nehm ich natürlich auch mit dann gehen wir noch hier gucken da unten ist auch ne Truhe im Wasser ne da komm ich wohl noch nicht hin aber die Truhe nehmen wir auch mit oh äh so tada hier war auch eine wieso auch immer jetzt mittlerweile hier tun immer irgendwie herumstehen weiß ich auch nicht kommt man da irgendwie hoch ne ne ich wüsste noch nicht wie ich wüsste noch nicht wie ne Karte haben wir hier auch nicht ok ja Leute das war's dann mit diesem Part ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall wieder und machen den Endgegner im wie ist das äh Obsidian Gipfel Obsidian Gipfel Gipfel genau Kellergeschoss haben wir heute gemacht und wir sehen uns dann morgen wieder bis dann euer Kamito haut rein und ciao